Hallo Leute und herzlich Willkommen zum dieswöchigen Z-Log. Ich bin Semny und ich war jetzt... und haben da weiter nichts von mir hören lassen, denn ich war auf der Leipziger Buchmesse, ich war zu Ostern zu Hause bei meiner Familie, was man halt so macht logischerweise und hatte dementsprechend keine Möglichkeit aufzunehmen oder erst recht keine Möglichkeit was hochzuladen. Naja gut, zumindest in der Theorie und vor allem hätte es ewig gedauert, weil Gammelleitung bei meinen Eltern... äh meiner Ma. Ich glaube bei meinem Vater ist die Sache noch schlimmer. Ja, handeln wir das ganze einfach mal der Reihe nach ab. Leipziger Buchmesse. Ich bin ja seit Jahren schon Cosplayer, wenn auch nie sonderlich überzeugend oder supergut, aber ich habe immer Spaß dran und ich war dieses Jahr sowohl als Hagrid aus Harry Potter als auch als Mr. Satan aus Dragonborn da und beides kam überraschend gut an. Das sind halt so Nostalgie-Charaktere, die anscheinend funktionieren und es gab viele Leute, die sich gefreut haben und Fotos gemacht haben und alles und selbst die Wachleute haben gelacht, als sie gesehen haben, dass ich als Heck mit einem Kuchen für zwei Freundinnen dabei hatte. Das fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Und ich werde entweder jetzt hier ungefähr so neben meinem Kopf, wenn das geht, Bilder einblenden, die ich gemacht habe. Das sind wirklich nicht viele. Ich sollte vielleicht generell jetzt etwas zur Seite gehen, damit da genug Platz ist. Ich habe dieses Jahr wirklich nicht viele Fotos gemacht, weil ich eigentlich eher da war, um ein paar Freunde zu treffen, mich ein bisschen umzuschauen und so weiter. Und zudem war es als Hagrid auch etwas schwierig, weil ich in so eine riesen Montur eingepackt war mit mehreren Kissen zum Ausstopfen und die Haare waren sonst wie. Und die Tasche abzukriegen und diese Kamera rauszuholen war immer eine Qual. Daher ist die Ausbeute, was das angeht, dieses Jahr nicht so groß. Auch habe ich nur ein kleines Poster als Andenken mitgenommen. Dementsprechend freut sich mein Geldbeutel, aber ich bin doch überrascht. Aber irgendwie hatte ich dann auch nicht so das Richtige gesehen, wo ich so dachte, ja, das wäre es. Das ist passend denn hier hinter mir. Und jetzt bin ich wahrscheinlich, falls ich diese Bilder reinschneiden kann, in ein Bild reingesprungen. Das sind größtenteils von Messen. Eine habe ich mal, ne, drei Stück davon sind halt aus Japan. Von, die habe ich ja damals gezeigt, von meinem Kumpel Monkey. Der Rest ist eigentlich von Conventions mitgenommen. Immer so halt, wie gesagt, als kleines Andenken. Und bevor ich noch mal Andenken sage, könnte ich auch über Andenken reden. Allerdings wäre das, glaube ich, ziemlich langweilig. So. Aber ganz ehrlich, reicht soweit auch. Wie gesagt, ich hatte Spaß. Es gab wieder viele Kulottes. Es war am Samstag unheimlich voll. Das ist alles völlig normal in meinen Augen. Und mehr muss ich eigentlich nicht sagen, weil so richtig was Besonderes habe ich jetzt halt nicht gehabt. Also ich habe halt Freunde wiedergesehen, die ich halt schon eine ganze Weile nicht bemerkt habe. Ich habe auch Cliff wiedergesehen. Und am besten mache ich das Bild von ihm jetzt hierhin, der als Professor Echter war. Und das war eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Hat mich auch gefreut. Und wir haben uns dann auch unter der Woche nochmal getroffen. Das finde ich schön, weil wir hatten halt lange denn keinen Kontakt, weil es irgendwie immer bei einem von uns nicht gepasst hat. Wie es halt so ist. Und mal schauen. Gut. Ich habe zudem natürlich mal wieder eine ganze Reihe von Filmen gesehen. Und mit einer ganzen Reihe meine ich tatsächlich ziemlich viele. Fangen wir erst mal mit meinem Kinobesuch an. Ich war mit drei Freunden im Kino in Batman vs. Superman. Und ich merke halt immer wieder, wie der Film zerrissen wird zurzeit. Und ja, ich kann viele der Kritikpunkte nachvollziehen. Allerdings muss ich sagen, dass ich viel mehr Spaß an diesem Film hatte. Die Filme außer vielleicht Batman Begins, die jetzt in den letzten Jahren rauskamen. Und dazu zähle ich auch die Vertigo? Ist das Vertigo? Nee. Oder? Auf jeden Fall Watchmen und 300 dazu. Gerade Watchmen, der ja sogar darauf anspielt, dass es ja eigentlich die gleiche Welt ist. An denen hatte ich keinen Spaß. Also ich habe tatsächlich, ich habe Watchmen hier, ich habe die Nolan-Triologie hier, ich habe... Ah ne, Green Lantern. Der ist super scheiße, aber ich habe Spaß daran, weil er so schlecht ist und einfach lustig ist, den Größte an der Zeit. Mit dem komme ich klar, aber so der Rest... Ja, ist nicht ganz mein Fall gewesen, größtenteils muss ich zugeben. Und bin einfach mal gespannt, was das kommt. Die Serien hingegen sind ja relativ gut. Und ich mag halt, wie ich schon öfter erwähnt, Arrow nicht, weil es meiner Meinung nach einfach nicht das von der Figur trifft, was ich sehen möchte. Was die Figur in meinen Augen... Was wie in Arrow? Den hier? Moment. Den hier! Ich habe ihn schon ein paar Mal gezeigt, aber ich mache es immer wieder, vor allem weil er hinter der Kamera liegt, zu etwas Besonderem macht. Und vor allem abgrenzt von Batman. Und die Sache ist halt, wie gesagt, wir hatten Spaß dran, wir waren zu viert da. Wir haben halt die Anspielungen gerade sehr genossen, weil es gab wirklich unglaublich viele Anspielungen, die da teilweise drin waren, teilweise in irgendwelchen optischen Punkten, teilweise einfach auch Sprüche gekommen sind. Ben Affleck ist super gewesen, wirklich. Und ich bin sehr froh, dass er so gut drüber kam, denn mittlerweile weiß ich ihn halt echt zu schätzen. Und das ist halt immer wieder schade, wenn man merkt, dass halt viele Leute in ihm immer noch irgendwie jemanden sehen, der gar nichts kann. Und das stimmt immer nicht. Wie gesagt, ich war eine Zeit lang auch so, gerade durch ein, zwei Filme, die ich damals gesehen hatte, relativ negativ auf ihn zu sprechen. Aber das war auch, glaube ich, eher so, dass das Umfeld, was man so mitbekommen hat, bis mir dann wieder einredet, dass Ben Affleck ja der Typ aus Good Will Hunting ist. Ich habe das tatsächlich oft so, dass ich Schauspieler teilweise vergesse in irgendwelchen bestimmten Rollen und ihn irgendwo anders doof finde und dann dadurch die positiven Erinnerungen überspielt werden. Weiß nicht, ob ihr das bei euch vielleicht auch ein bisschen kennt. Ich habe dieses Problem ja tatsächlich öfter, dass dann leider durch einschlichten Filme oft drei gute zunichte gemacht werden in meinem Kopf irgendwo, bis ich sie dann wieder sehe. Also, oh, stimmt, der war das ja. Und ja, Superman war viel zu negativ. Ja, Lex Luthor war viel zu durchgeknallt, wobei ich es spielerisch schön fand. Und das ist aber, da muss ich wieder eine Reminiscenz nehmen, also auf jeden Fall eine Verbindung zu den anderen Filmen schlagen. Es ist wie mit dem Joker dort. Heath Ledger spielt den Grandios wirklich richtig gut, diese Rolle, die ihm dort geschrieben wurde. Aber die, die geschrieben wurde, passt einfach nicht zu der Figur, die er spielt. Also, zu der Vorlage, die er spielt. Ich hatte hier deutlich mehr Spaß dran, dass, sagen wir mal, mir nicht so, vielleicht auch wieder so ein bisschen diese öffentliche Wahrnehmung nicht so um die Ohren gehauen wurde, wie großartig das ist. Und ach, ja, und wir vergolden ihm alle den Arsch. Ja, man soll nicht schlecht über die Toten reden. Bla, bla, bla. Ich mag Heath Ledger. Das will ich mal festhalten. Alle Filme, die ich mit ihm, in allen Filmen, die ich ihn gesehen habe, finde ich, dass er eine grandiose Leistung bietet. Auch in Walkback Mountain, falls das irgendjemand betweifeln sollte. Denn, auch wenn ich diesen Film nur einmal gesehen habe, ich fand ihn gut. Vor allem vom schauspielerischen Punkt her. Und es ist mir scheißegal, ob es um schwule Cowboys geht. Es ist einfach ein guter Film und das sollten die Leute akzeptieren, auch wenn sie mit dem Genre nichts anfangen können. Und ich kann mit Western nicht viel anfangen. Und auch wenn sie mit dem Thema Homosexualität nichts anfangen können. Just saying. Und wie gesagt, und hier ist es halt mit Jesse Eisenberg meiner Meinung nach ähnlich gestaltet. Er ist einfach kein passender Lex Lufer, aber er macht seine Sache gut und unterhaltsam. Und überrascht doch an manchen Stellen durch absolut weirden Scheiß. Also, und, ähm, ja. Gut. Ja, Wonder Woman war okay. War das, was man von Wonder Woman erwarten kann. Sie hat auch so alle Gimmings ausgepackt, die ich kenne. Aber ich habe mich nie so viel mit dem Charakter beschäftigt. Ähm, man hat einen Ausblick auf die drei auf jeden Fall schon feststehenden, ähm, Mitglieder der zukünftigen Justice League werfen können. Bei einem sehr wenig. Bei einem, bei den anderen, die eines, sagen wir mal, Flash fand ich gut, die Szene, die gezeigt wurde. Und ich, ähm, mag Ezra Miller total gerne und hoffe einfach, dass der einen guten Film hinkriegt. Oder dass sie halt einen guten Film schreiben für ihn, wo er halt, äh, in diesem Jahr doch etwas düstereren und nicht so, äh, fröhlichen Filmuniversum, äh, ihnen passend etablieren können. Und Aquaman, ich finde das, das, ich finde das Design halt echt gut. Sage ich ja, äh, schon eine ganze Weile. Und ich, äh, bloß die Szene war irgendwie zu lang. Und, äh, das war dann so, oh, er hat ja was drauf. Aber diese Szene hat sich einfach zugezogen dafür, dass es einfach so ein ganz kurzer Einblick sein sollte. Gut. Äh, da, 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 da. Mist. Was hatte ich denn? Äh, äh, eigentlich hat er doch irgendwas noch neu gesehen mit Hawk. Oh, mein Gedächtnis lässt mich gerade echt im Stich. Ich habe mit ihm ein paar Trash-Filme und ein paar gute Filme gemacht. Ich glaube, wir haben tatsächlich nur Sachen geguckt, die ich mitgebracht habe. Und daher, äh, lasse ich das jetzt mal aus und vor. Ah, doch, stimmt. Wir haben Ridiculous Six geguckt. Mit Adam Sandler oder von und mit Adam Sandler. Der erste Netflix-Film von ihm, dieser, äh, absurde Western. Und, sagen wir mal so, ich hätte es mir deutlich schlimmer vorgestellt, nachdem, was mir beschrieben wurde zuerst, also worum es geht und so weiter. Und, ja, der Film ist ziemlich ein Mist. An vielen Stellen kommen mal gute Gags und es ist unglaublich hochkarätig besetzt. Also es sind so dermaßen viele interessante, Mitte gute bis gute Schauspieler drin, womit man einfach nicht rechnet bei dem Film. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht damit gerechnet, dass das da so drin ist. Aber, ähm, ja, es ist nichts Besonderes. Man muss ihn nicht so zerreißen, wie es gemacht wird. Aber ich kann verstehen, wer da Leuten nicht gefällt. Und ich war halt auch eher so, ich musste ein paar Mal echt lachen, größtenteils, weil es absurd war, nicht weil es lustig war. Aber, ähm, ja, hab schon Besseres gewählt. So einfach ist das. Und, dann, ähm, habe ich gestern die Reise nach Agatha oder, warum der auch, ich weiß gar nicht, wo er den so heißt, weil er auf der Hülle steht, äh, Children of Chase Lost Voices, was eigentlich auch nicht so viel Sinn ergibt. Auf jeden Fall ein Anime von Makoto Shinkai. Der hat auch mein Lieblingsanime-Movie, also nicht Serien-Movie gemacht, nämlich The Place Promised in the Early Days. Und wird mittlerweile oft mit Ghibli verglichen. Also mit dem, äh, mit, äh, wie heißt er denn gleich? Shiamoto? Was, Shiamoto? Äh, meistens mein Namensgesicht. Es schlägt gerade mal wieder zu. Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki verglichen, bloß für kleinere Geschichten. Nun ist allerdings die Reise nach Agatha die groß aufgesetzteste Geschichte von ihm mit einer Reise, äh... Also letzten Endes ist es eine, im weitesten Sinne eine Adaption von Orpheus in der Unterwelt, beziehungsweise der japanischen Variante von Orpheus in, äh, in der Unterwelt, oder, und die Unterwelt. Ähm, eine Legende, die es in mehreren Ländern gibt. Und die immer recht ähnlich erzählt wurde, dass, äh, ein Mann seine Frau verloren hat und ins Totenreich geht, sie wiederfindet und sie sagt, sie darf, man darf, äh, sie nicht ansehen, bis sie draußen sind. Sonst würde sie für immer dort verweilen müssen. Kommt letzten Endes halt nicht so, aber das ist so dieser Ausgangspunkt und damit beschreibt es die Geschichte, finde ich, ganz gut. Es gibt zwei Welten, es gibt ein, äh, es gibt so eine Verbindung dazwischen und ein Mann und ein junges Mädchen reisen dorthin und müssen sich dem Hass der Menschen dort aussetzen, den, begegnen den Monstern dieser Welt und so weiter. Es ist, das ist recht interessant, wenn auch teilweise etwas will, aber das sind Anime-Movies eigentlich ziemlich oft, muss ich jetzt mal sagen. Das ist, äh, jetzt, klar, kann man es als Kritikpunkt anbringen, aber es ist jetzt nichts, was mich gewundert hat. Aber es ist wunder, wunder, wunderschön. Also es ist halt wirklich unglaublich detaillierte, tolle, äh, schön gestaltete Hintergründe. Die Figuren sind zwar simpel, aber haben halt einen deutlich moderneren Stil, als das bei Stui Ghibli zum Beispiel der Fall ist. Vor allem, was die Farbpalette angeht, weil sie einfach mal nicht alle leichenblass sind. Und ich hatte, ich hatte Spaß dran, ähm, weiß nicht ganz genau, warum ich den Film mag. Ich finde ihn auch schlechter als The Place from the Early Days, aber er ist, ist wirklich schön und ich kann ihn auch empfehlen. Ist natürlich leider in Deutschland ziemlich teuer. Ist, so wird sich auch nicht ändern. Ähm, muss man halt wissen, ob es einem das wert ist, aber ich kann den Film empfehlen, da er wirklich sehr gut gemacht ist. Und ich werde mir auch die anderen Filme von dem Herrn angucken, weil es gar nicht so viele sind. Wird aber eine Weile dauern, weil, geht. Apropos Zeichentrick, Anime, bla bla bla. Äh, ich habe auch The Legend of Korba angefangen, weil es jetzt auf Amazon Prime ist. Amazon, äh, da da, Amiga, äh, vergiss es. Ähm, habe ich die erste Staffel komplett und die zweite fast durchgeguckt bisher und bin recht angetan, aber nicht so begeistert wie bei The Last Airbender. Aber, ähm, es wurde ein neuer Avatar geboren und er soll ausgebildet werden und das ist das Wasserstammmädchen Korba. Korba ist ziemlich lebensfroh, ist extremer Wildfang, also wirklich ein ganz extremer Wildfang, ist komplett durchgeknallt, die Kleine. Äh, ist sehr körperlich vom Wesen her, das meine ich jetzt nicht, dass sie eine Schlampe ist, sondern ist ein, äh, ist halt ein Hau drauf. Äh, würde sie kein Wasserstammmädchen sein, was denn logischerweise an einem der Pole wohnt, würde sie wahrscheinlich die ganze Zeit durch den Wald streifen und herumspringen und wie ein Affe leben. Also so ein bisschen Mowgli, so meine ich das eher, mit eher körperlich. Ähm, was dementsprechend natürlich diesen spirituellen Anteil, den der Avatar interessiert. in dieser Welt hat, ein bisschen schwierig macht. Das, äh, Ganze spielt größtenteils in der Stadt Republika, eine Stadt, die von Ahn, dem letzten Avatar, gegründet wurde. Und, das ist halt wirklich eine Großstadt. Äh, die technische Entwicklung ist verdammt hart vorangeschritten. Es gibt schon Autos, es gibt Radio, äh, es wird innerhalb der Serie der Film erfunden und so weiter. Ähm, wie auch immer das so schnell ging, frage ich mich zwar. Das habe ich mich schon gefragt, bevor ich das gesehen habe, weil ich das wusste. Aber halt in einer Welt des Friedens passiert sowas anscheinend schneller. Das Ganze ist dadurch ein bisschen politischer. Es ist, äh, ein bisschen halt auf diesem ganzen Raum. Die Akzeptanz des Avatar ist von Anfang an eine ganz andere. Es ist halt nicht diese, äh, Mytengestalt, sondern es, ja, die Leute akzeptieren das, ja, äh, du bist der Avatar. Äh, äh, danke, dass du uns hilfst. Und, äh, äh, kommt halt eher zu anderen Problemen. Korba, äh, lernt bei Ahns Sohn Tänzen, das Luftbändigen, oder soll es lernen, was am Anfang auch ziemlich schwierig ist, weil es nicht zu ihr passt. Was bei Ahns, zum Beispiel dem Erdbändigen so der Fall war, es widerspricht so komplett dem Wesen der Person. Dadurch kann sie das Schwierige erlernen. Und die Staffel sind drauf gebaut, dass man halt immer auf einen großen Feind hinarbeitet. In der ersten Staffel war das ein Terrorist namens Amon, der Leuten lebendige Kräfte genommen hat und wollte, dass die, äh, Leute ohne Kräfte, ähm, die Macht an sich reißen und alle gleich sind, damit endlich Gerechtigkeit auf der Welt herrscht. Und in der zweiten Staffel ist es ein böser Geist, der vor 10.000 Jahren vom allerersten Avatar versiegelt wurde. Äh, ist recht spannend. Das Problem ist einfach dadurch, dass man dann halt immer nur diese eine Staffel mit den, ja, zwischen 12 und 15 Folgen sind das, glaube ich, immer, äh, hat. Hetzt man manchmal ein bisschen. Während es halt bei der Originalserie so der Fall war, dass man halt wirklich für dieses Gesamte, für diese gesamte große Geschichte, äh, sich diese drei Staffeln genommen hat und dann am Ende ein Buch 4 als Comics nachgeliefert hat, das ich noch nicht gelesen habe, was ich eigentlich mal machen sollte. Vielleicht ist es ein bisschen hektisch. Dann ist weiterhin dieses, diese Liebesbeziehung innerhalb des Teams in dem Cover, dann ist, äh, ein Profibändiger Team, also ein Sportteam letzten Endes, das sie schon in der ersten Folge kennenlernt, äh, und in der einen sich natürlich prompt verliebt. Dieses Hin und Her und dieses Drama ist ein bisschen zu viel in meinen Augen und teilweise auch einfach so gewollt. Es ist sehr gewollt an manchen Punkten und es geht mir auf die Nerven, ähm, ähm, aber gibt Schlimmeres und daher. Die neuen Charaktere sind durch die Bank weg. Klar, man hat sich so ein bisschen an den gleichen Grundtypen orientiert, aber sie sind interessant, sie sind nett und, äh, es macht Spaß, ihnen zuzusehen. Und, äh, es ist, es ist einfach eine andere Konstellation und das ist eigentlich auch ganz gut. Das Einzige, was hat noch, das Einzige, was mich hat noch schon dazu gesagt, dass dieses Weltkonzept so für mich an manchen Punkten nicht ganz aufgeht und manchmal die, äh, wie gesagt, dass alles etwas gehetzt und gewollt wirkt. Aber es macht Spaß, es ist schön und, ähm, man hat die richtigen Momente gewählt, um zumindest so ein bisschen alte Charaktere zu nutzen für den Fortschritt der Story, aber sie jetzt nicht so permanent den Leuten ins Gesicht zu drücken. Ja, das sollte es, glaube ich, gewesen sein dazu. Reicht ja auch, seien wir mal ehrlich, ich muss ja nicht permanent immer fünf Stunden über alles reden. Okay, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Erik, wollen wir mal nochmal über Persona 4 reden? Nein, Erik ist nicht da, da ist ein Fenster und eine Flasche und ganz viel Kleingeld. Und Müll. Naja, nicht Müllstifte, die kaputt sind zu vielen Punkten. Äh, ja, äh, hatte ich noch was? Irgendwas wollte ich doch noch. Genau, ähm, ich habe, äh, jetzt die Tage, ähm, Hyperlight Drifter, was jetzt vorgestern rauskam, angefangen, ist ein schönes Indie-Action-Adventure-Spiel im Pixel-Look. Ähm, spielt sich sehr flüssig, die Gegner haben halt sehr eigene Angriffsmuster, ist, ist interessant. Ähm, ich versuche es auch durchzuspielen, weil es, äh, glaube ich, gar nicht so lang ist. Und es, es hat eine sehr bedrückende Atmosphäre und es ist, wie gesagt, sehr interessant. Ich weiß halt nicht, ob da noch zusätzliche Mechaniken dazukommen. Also laut dem Menü sieht es stark danach aus, aber ich kann es schlicht beurteilen, weil ich mich überhaupt nicht weiter über das Spiel informiert habe. Ich weiß halt bloß, dass es ein großer Kickstarter-Erfolg war und sich lange verschoben hat. Und hat, äh, es hat einen sehr eigenen Stil, was das Optische und Musikalische angeht und das ist eigentlich ganz cool. Und es ist fast komplett nonverbal. Also es gibt, das einzige Wort, das ich bisher gelesen habe, äh, Interact, dass man das halt so in einem Tutorial bemerkt. Ansonsten hat man nur manchmal so Grundlaute und Bilder, die einem zeigen, wo man hin soll. Und das Spiel ist sehr selbsterklärend. Und das funktioniert so in dem Rahmen ganz gut. Ähm, und ich habe gerade vor, ja, lasst mich lügen, zwei Stunden die Final Fantasy XV Platinum Demo gespielt. Und, ähm, ja, also ich war ja schon von, äh, Episode Duskel nicht so sehr begeistert und fand das Spiel dort auch gar nicht so hübsch, wie es die Leute immer machen. Ähm, das hat sich hier geändert. Das Spiel ist wirklich, also hier in diesem kleineren Rahmen, ähm, und nicht in dieser riesigen offenen Welt ist es sehr hübsch. Ich habe mir übrigens auch noch nicht die ganzen Trailer-Videos blablabla angeguckt. Äh, dazu kann ich was und nichts sagen. Und ich weiß auch nicht, ob ich es machen werde. Ähm, habe halt, wie gesagt, Spaß nicht so ganz gehabt. Es ist, also man hat das Kampfsystem überarbeitet. Es spielt sich jetzt logischer, sehr viel logischer, aber das war auch bitter nötig in meinen Augen. Das in der Episode Duskel war absolut merkwürdig und hat keinen Spaß gemacht. Zumindest mir nicht. Und, ähm, ja, ich war nicht so... Und das Problem ist jetzt einfach, man hat den jungen Noctis gespielt. Und man hatte einen riesigen Hammer und generell wirkte es dadurch, wie Kingdom Hearts mit weniger Kombos. Und wozu sollte ich Kingdom Hearts mit weniger Kombos spielen, wenn Kingdom Hearts 3 irgendwann noch rauskommt? Vor allem, wenn ich diese Charaktere auch nicht sonderlich mag bisher. Also es kann sein, dass die in der Story ziemlich gut werden, aber ich finde das Design langweilig. Ich finde die Art, wie sie bis jetzt interagieren, zumindest in diesen Demos und so weiter, eher langweilig. Und ich überlege halt mittlerweile echt, ob ich Final Fantasy XV überhaupt spielen soll. Ich bin da nicht so begeistert von. Und auch so eine Sache, ähm, gerade als diese ganzen Sachen mit... Ja, Final Fantasy VII wird jetzt, ähm, mit einem Action-Kampf-System, haben sich ja die einen wahnsinnig aufgeregt und die anderen, ja, aber man kann heutzutage kein rundenbasiertes System mehr machen, wenn man eine moderne Zielgruppe erreichen will, weil, äh, ja, wie gesagt, Modernität sieht anders aus. Und, äh, das ist... Die Leute erwarten was anderes und blablabla. Dazu würde ich halt eine Sache mal loswerden. An und für sich habe ich kein Problem mit einem Action-Kampf-System, mit einem Japaner-Rollenspiel. Es ist in letzter Zeit meiner Meinung nach zu oft. Also eigentlich so fast jedes, äh, Japaner-Rollenspiel kommt mit einem Action-Kampf-System daher. Vorher gab es halt Star Ocean, was das schon gemacht hat. In den letzten Teilen, es gab die Tails-Reihe, die das schon gemacht hat. Und die haben das halt auch immer auf ihre eigene Art gemacht und das ist völlig okay. Mittlerweile fangen halt die anderen Spiele auch damit an, zu großen Teilen kann man alles machen. Ist völlig okay. Ich finde bloß, gerade bei der Final-Fantasy-Reihe ist ein bisschen Schaden. Denn die Sache ist, man hat Kingdom Hearts damals eigentlich als Spin-Off von Final Fantasy gemacht. Ist es ja auch. Es hat Final Fantasy-Charaktere mit dem Disney-Universum und ein paar eigene Charakteren und hat ein Action-Kampf-System. Man hat Crystal Chronikids gemacht als Nintendo-Ableger, was auch ein Action-Kampf-System hat. Final Fantasy 15 hat jetzt auch ein Action-Kampf-System. Ist ja alles okay. Aber ich finde, eigentlich wäre es gerade ein interessanter, mutiger Schritt gewesen, hätte man versucht, ein modernes, rundenbasiertes System zu machen. Weil sowas geht. Das ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Man kann das mit modernen Elementen durchaus bewerkstelligen. Lost Odyssey hat das gezeigt. Bravely Second zeigt das sehr, sehr gut. Dass man einfach, wenn man sich ein bisschen, obwohl das sehr, sehr klassisch ist, aber wenn man da einfach so ein bisschen was Neues sich überlegt, finde ich, kann man da trotzdem einfach einen gewissen Kult drum erschaffen. Und man muss nicht immer alles auf Action machen, finde ich persönlich. Vielleicht wird es gut. Dagegen sage ich nichts. Aber ich finde, es wäre der interessantere und coolere Schritt gewesen, hätte man jetzt nicht das vierte Action-Kampf-System in der Final Fantasy-Reihe denn gehabt, wenn man jetzt mal der Crysis Core außen vor lässt. Oder es wären jetzt fünf verschiedene. Ne, und zwölf hat er auch nochmal sehr eigenes, was ich persönlich übrigens nicht mag. Jetzt von zwölf ist es sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Ja, aber wie gesagt, wird man sehen. Ich weiß auch nicht. Also ich habe Interesse an dem Sieben-Remake, einfach nur mal um zu wissen, was sie daraus machen und wie sie da rangehen. Aber ich weiß nicht, ob... Ich habe sieben halt auch nicht durchgespielt. Ich habe auch neun, auch wenn ich neun sehr mag, nicht durchgespielt. Allerdings das eher, weil ich zu schlecht bin, als dass es daran liegt, dass ich die Lust verloren hätte. Aber ich habe ewig trainiert und werde dann in so einem Gebiet einfach gerade komplett zur Schnecke gemacht. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Außer nochmal einen alten Spiegel ins Land und noch mehr zu trainieren, was mittlerweile einfach nicht mehr sehr erfolgsversprechend ist. Gut, soll es jetzt auch schlussendlich gewesen sein, wenn mir fällt gerade absolut nichts mehr ein. Es gibt wahrscheinlich noch andere Sachen, über die ich reden könnte. Für die nächste Woche werde ich mal Bloodborne spielen. Das hat mir ein Freund geliehen. Und mal gucken, ob mir das gefällt. Ich werde vielleicht ein bisschen intensiver auf Hyperlight Drifter eingehen können. Wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja sogar durch Bravely Second. Wobei, nee, das bezweifle ich. Das bezweifle ich ganz stark. Und ich werde die 5. Schalke noch zu uns gucken. Das braucht dann auch nochmal ein bisschen Zeit. Gut, soll es soweit gewesen sein. Ich verabschiede mich von euch. Gehabt durch Wohl. Euer Semny. Okay, wer das Ganze bis hierhin ausgehalten hat und ein bisschen Ahnung von Videoschnitt hat. Ich hätte mal eine Frage. Ihr habt ja gemerkt, dass das Video irgendwann einfach nicht mehr synchron mit dem Ton war. Und ich würde gern wissen, woran das liegt. Denn ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was da das genaue Problem ist. Denn bis zu einem bestimmten Punkt läuft es ja relativ gut. Klar nicht perfekt, aber für meinen Augen- und Ohrenmaß immer noch okay. Und dann gerät es irgendwann komplett frei. Und der passt dann halt überhaupt nicht mehr aufeinander. Und da würde ich einfach mal fragen, ob mir dort jemand helfen könnte, ein paar Tipps geben könnte, woran es liegt. Liegt es an der Bitrate? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die Geschwindigkeit einzustellen? Ich habe keine Ahnung. Dementsprechend wäre es sehr nett, wenn mir jemand darauf antworten könnte. Und wenn nicht, ja, ich werde das schon irgendwann noch herausfinden.